Hallo, hallo. Ich bin Sandra. Ich bin Magda. Hallo, Magda. Hallo, Sandra. Wie auch bist du? Ich bin 42 Jahre alt. Wie auch bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Ja, mein Tochter ist sehr gut aus. Ja, ja. Du hast eine Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe ist Grün. Was ist dein Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe ist Grün. Ich liebe Grün. Ja, ich liebe Grün, du. Ich liebe dich. Wie lange sie wollen? Du hast eine Nähe? Ich habe eine Nähe nicht. Ich habe zwei Nähe. Ja. Du hast eine Schwester? Ja, sie ist Christina. Du hast eine Schwester? Nein. Du hast einen Bruder. Was ist dein Bruders Name? Mein Bruders Name ist Scott. Ich liebe dich, Scott. Scott ist 8 und 20. 8 und 20. Ja. Du hast eine Lieblingsfarbe? Ja. Das ist Grün. Du hast eine Lieblingsfarbe? Ja. Mein Lieblingsfarbe ist Grün. Was ist dein Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe ist Grün. Okay, okay, okay. Ja. Was ist dein Bruders Name? Ich habe eine Brude nicht. Ja. Du hast eine Schwester? Ja. Mein Oma ist sehr gut. Okay. Ja. Also, ich gehe k criticalen. Okay. Als ich eins sage, bin ich auch noch besser. Ich gehe kрасbon. Ich gehe kливet 않아. Ich gehe kall. Meine Oberğimiz ist sehr interessant. Wie darf ich die Schetten im Schlat? Ja. 스�護 stupidindre. Schüsse. paid darauf Als ich sowas. Ja. Ja. Okay, bis bald. Gute Nacht. Gute Nacht.